Die, die mich hassen, sagen immer, Tonja, erzähl die Wahrheit. So was wie die Wahrheit gibt es nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich war die beste Eiskunstläuferin der Welt, für eine gewisse Zeit. Kennst du das Eiskunstlaufen, verdammte Scheiße? Fluchen Sie nicht vor den Kindern. Ich hab nicht geflucht, du Fotze. Waiting for the free Captain! Und, schon gefickt? Wir wollen eine gesunde amerikanische Familie sehen. Ich hab aber keine gesunde amerikanische Familie. Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflesbe. Ich hab mich geschämt. Mein ganzes Leben lang hatte man mir gesagt, dass ich's zu nichts bringen würde. Und wissen Sie was? Vielleicht lagen die alle falsch. 4,8. Wieso bekomme ich hier keine faire Chance? Wir beurteilen auch die Präsentation. Leck meinen Arsch! Wir müssen faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Ich kenne da einen. Ich durfte nicht mal seinen Namen sagen. Derrick. Die Presse wollte mich als ein Stück Scheiße darstellen. Das hab ich nie gemacht. Was ist überhaupt los? Wir sind vom FBI. Die ahnen was. Was können Sie uns über Tonya Harding sagen? Ich kenne keinen Tony Harding. Sind Sie nicht Ihr Bodyguard? Als ich ein Kind war, hast du mich da je geliebt? Ich hab dich zum Star gemacht. Obwohl ich wusste, dass du mich hassen würdest. So ein Opfer bringt nur eine Mutter. Flucht hast du mich. Amerika. Sie wollen jemanden, den Sie lieben können. Aber Sie wollen auch jemanden, den Sie hassen können. Ich meine, ich bitte Sie. Was für ein Freak zertrümmert er in die Kniescheibe seiner Freundin? Echt jetzt? Wer tut einer Freundin sowas an? Hör auf damit.